Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video NML Crossing New Horizons Ja, ich habe schon angefangen Bevor ich streamen konnte, muss ich zugeben Aber ein gutes Spiel Na, na, na Kassho, Kassho, Kassho Ausrüstern Sag mir bitte Er ist Wo ist die Er ist Es ging nicht, aber egal Wegpacken Ja, dieses Spiel Schön Gut Und ich räume ein bisschen mein Haus Aus Sehr cool Okay Ausschalten Wie gefällt mir so die neue Einrichtung Ja, eigentlich ganz gut Und ich lasse die Brille mal auf Ihr wollt nicht wissen Wie mein Männchen sonst Ne, sag ich euch nicht Aber Ich geh auf diese App Das kann ich euch sagen What? Achso Jetzt können wir What an sich Hier platzieren Ja, und wie ich es ändere Aber ich male es anders an Ja Yankees All das sein Fertig Wow Sieht ja nicht stylisch aus Gut Ist ja auch mein Erster Aber Ja Das gefällt mir so Wow Und ich zieh ganz garantiert nicht meine Okay Okay Doch Ich mach's für euch Auch noch für euch Ich wurde verstochen Ja Ich zieh die blaue an So Und ich geh jetzt Ordentlich Geld holen Geld 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 Ich hole mir jetzt Geld Hey, hey Ich höre nichts What? Es ist aus Ich will Verkaufen 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 Ja Nimm mein ganzes Holz Auch Lala Nimm Schöne Blumen Für dich Yes Danke für die Sternis Hartholz Wir brauchen glaube ich alle Okay Ich hole erst Zweiche Holz Das kommt dann Meist Zümmel Raub Wo ist ein Baum? Hier Ich schnapp Hartholz Das brauch ich Auch Ich sammle jetzt einfach alles Was ich auf dieser Insel Find Diese Mütze gibt's auch Ja, nur nicht Blau Ja Ja, und jetzt müssen wir wieder Beine fällen mit Äh, äh Höre 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 Okay, weiches Holz 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 braucht ihr ja auch Und Eisen Wow, ist das Du musst Glück haben bei den Steinen Dafür fliege ich auf andere Andere Insel Nur solches Holz Weiches Holz Ja, sitzt du Nix Ich sammle mal die Kirschen hier ein Das ist nicht zu viel Du kannst ja gar kein Holz mehr Ich werde dir schon nicht wehtun Ja Aber ich will auch nicht Bäume weg sind Naja, man muss halt Neue pflanzen Ost Ach, weißt du was Ich gebe mir jetzt mal das Und sonst nix Ein neues Insekt Yes Oh, oh Ein Fichtbog Da hab ich wohl Ein Bog Geschossen What Was soll Das bedeutet Das bedeutet Ja Hey, verkaufen Yay Aber ich muss mal In das Handy gucken Weil das hat doch ganz sicher eine Meldung Okay What Wo Ja Und bei den Fischen eine neue Art Okay Danke Handy Leider Wir von allem Sachen Die komplette Menge Gehe nicht Bloß Eine Teil What Ja Spin Ich muss alle Bäume fällen Aber das will ich nicht Ich lasse die Bäume stehen Na gut Die nicht Denn völlig Es gibt keine Bäume mehr Auf die Bäume Nehmen 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 Und Nehmen Oh Ein Fussi Leiden Ja Ich kann kein Fussi Nehmen Fallen Ich hab keine Schaufel Man kann auch keine Nehmen Nein Wo ist jetzt das Komplik Diese Und du angelst An einer Unwahrscheinlichen Dummen Stelle Also meine Mitbewohner sind ja nicht Dumm aber Manchmal machen Sachen und angeln An Orten oder Häuser Aber Mist Ich hab nicht gezogen Wie ich am Reden war So Und ich war wirklich Wirklich geredet Und dann Oh Ein Fischi 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 Nanni Nimm Nimm Los Fischi Guck Ja Hm Futter What Ich hab doch Gott Guck Fischi Guck 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 BAM! BAM! Ich komme neben mir. Ja, ja. Die 6.3. Mildigkeit! Echt! Schön wenden. Ich brauche. Aber no shopping. No shopping. Mario soll ichs. Yo, what? Aber ich möchte das Luigi-Set auch haben. Nein. Das. Wobei ich Luigi... Nee. Lassen. Lassen. Aber das. Das ist doch... Eurig. Schwebeblock. Bestellen. What? Tag... Tag der Toten. Tag der Toten. Tag der Toten. Wenden. Tag der Toten. figloch. Tag der Toten. Tag... Tag der Toten. Oh, nein! Das darf es nicht. Ben. Was brauche ich? What? Das... Okay. Warte, was ging... What? Eine Schleude. Was ging mir kaputt? Eine Schaufel. Nein. What? Okay. Kaufe ich? Ja. Logisch. What? Drei... Daueranzug. Den nehm ich. Den nehm ich. Den nehm ich. Hä? Hä? Hör auf! Wie viel... Nehm ich. Uh. Aber ich will doch noch was. Was? Ich will kaufen. Ich will noch eine Sache. Ja. Diese. Wunderbare. Die ist keine. Die will ich. Und mehr will ich nicht. Tschüss. Wo ist es? Oh, meine wunderbare Gästkanne. Aber... Wo ist die Schleuder? Ach, da. Du darfst... Ich muss dir ein paar Sachen verkaufen. Ich will verkaufen. Und kein Holz. Glaubt mir. Insekten darfst du haben. 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 Hä? Was? Baumstange. Arschfache. Das weiß ich nicht. Nicht. Nein! Nicht! Ah, toll. Meine Schuhe. Ich sagte, ne. Ich will verkaufen. Nimm das. Das, das. Gut. Drei. Und das ist mein alter. Mir gefällt beide. Ja, und ich nehme beide. Also ich behalte jetzt den einen. Ich behalte. Weide. Baumstammfall. Sitz. Okay. Okay. Ich bin fertig. Gibt mir meine Sternis. Danke. Und. Ich bin so happy. Das ist jetzt ein Happy End. So. So. Aber jetzt nun erstmal. Alle schick eine Richtung nach meinen. Verschädungen. Das kommt hier runter. Hier kommt das hin. hin. Also es kommen jetzt erstmal alle solche Sachen oben hin. Ist das gut? mit. Will. Will. Was ich was wohin gehört. Und das behalte ich dann auch so. Okay. Hier unten kommen die Kleider. hier. Hier so. Dann kommt der Nooktauchanzug. Mir gefallen beide. Jetzt kommt der hier hin. Der hier hin. Der hier. So. Will ich das sehen. Der ist mir jetzt egal. Denn der kommt ins Lager. Hey warte. Das geht nicht auf. Warte. So. So. Und so. So. Jetzt stimmt das. Ich hoffe die bekommen so eine Schaufel. Das hoffe ich am meisten. Dann kann ich mir wieder eine gute machen. Aber ich brauche erstmal die Gießkarte ausrüsten. Und gießen. So. Zweimal. Das genügt. Und unser schöner Baumi. Hey. Nimm. Äh. Warte. Die Gießkarte. Und. So. Und unser Baumi. Nimm. Ach. Nimm. eins. Das ist reingepflägt. Gut. Aber dann ist es nicht das. Okay. So kann ich dann. Na. Aber schon in mein Garten. Ich würde mal sagen. Hier hin. So. Hier. Hin. Und unser Baumi gießen. Dieser Baum muss wachsen, alles muss wachsen, aber nicht daneben, verspricht mir das. So, unser Baumi wird wachsen. Und ich hoffe, es kommt bald ein Bescheid, und dann können wir das hier machen. Oh, komm, sag ich's! Sogar mit der Ansage! Kommt ein Geschenk! Ein Geschenk! Und was ist denn? Hä? Was ist denn? Kürbis-Folk! What? Also, unser Handy hat ganz sicher... Und wir bekommen, yes, eine Mail über! Neu! What? Das ist ein Geschenk! Das ist ein Geschenk! Gut! Cheese und das ist ein Geschenk! onia Vielen Dank.